Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Schummelhummel aus dem 3 Magier Verlag. Das Ganze ist ein Spiel für 3-5 Spieler ab 7 Jahren mit einer Dauer von ca. 25 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spiele-Schachtel einen Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Schummelhummel. In der Spiele-Schachtel findet ihr den folgenden Inhalt, eine kleine Anleitung und einen Haufen Karten. Und da gibt es die unterschiedlichsten Sachen. Wichtig sind immer diese Blumen am Rand und da gibt es eben diese Blumenkarten. Spinnenkarten sind dazwischen drin. Es gibt die Bestäubungskarten. Es gibt die Schummelhummel selber. Und dann auch die Wespe und den Grashüpfer. Und dann noch den Startspielerwurm. Alles mögliche hier mit dabei. Aber das ist er schon, der komplette Inhalt dieser Spiele-Schachtel. Und als nächstes zeige ich euch jetzt, wie ihr das Ganze aufbaut. Der Spieleaufbau geht ganz einfach. Ihr sucht als erstes aus dem Stapel die Grashüpferkarten heraus. Ihr sucht diesen Wurm heraus und ihr sucht diese Bestäubungskarte heraus. Die restlichen Karten, die mischt ihr gut durch. Diese Wurmkarte, die legt ihr mit der Nicht-Fernrohrseite vor einen Spieler. Das ist der Startspieler. Das Spiel ist für drei bis fünf Spieler geeignet. Das heißt, wir haben auf jeden Fall drei Spieler. Und zwischen immer zwei Spieler legt man so eine Grashüpferkarte auf den Tisch. Das heißt, hier zwischen dem Spieler, der der Startspieler ist, und dem nächsten Spieler kommt eine zwischen diesem Spieler und dem Spieler hier drüben. Und hier nochmal eine zwischen diesem Spieler und dem Startspieler wieder. Die restlichen Grashüpferkarten können aus dem Spiel. Dann legt man diese Bestäubungskarte neben dem Stapel hier ab und gibt jetzt jedem Spieler mal acht Karten auf die Hand. Diese Karten müssen die Spieler im Laufe des Spiels eben loswerden. Und das mit sehr interessanten Regeln. Dann legt man den Rest in die Mitte, deckt eine Karte noch auf. Das ist die Startkarte und gleichzeitig der Ablagestapel. Und dann kann das Spiel auch schon beginnen. Ich spiele euch das Ganze wieder mit offenen Karten, dass ihr seht, was ich hier so liegen habe. Und jetzt schauen wir uns diese ganzen Regeln mal kurz an. Denn es gibt mal eine grundsätzliche Regel in dem Spiel. Hier darf geschummelt werden. Das ist ganz, ganz wichtig in diesem Spiel. Hier ist keine Schummlerei verboten, sondern es muss geschummelt werden, was das Zeug hält, um das Spiel auch beenden zu können. Denn das Problem ist, diese Schummelhummel kriege ich ansonsten fast nicht los, wenn ich nicht schummele. Was bedeutet Schummeln? Schummeln bedeutet einfach, dass ich Karten verschwinden lassen darf. Und das dürfen alle Spieler, außer dem Startspieler hier mit dieser Wurmkarte, der darf nicht betrügen. Der muss aufpassen, dass nicht betrogen wird. Denn ganz wichtig, die Spieler dürfen sich untereinander nicht anschwärzen, sondern nur der Spieler mit dem Wurm muss schauen, wer schummelt. Und was ist Schummeln? Schummeln bedeutet, ich darf Karten hinter mich werfen, runterfallen lassen. Wichtig ist nur, ich muss immer die Karten über dem Tisch haben und dann kann ich sie einfach irgendwo im Ärmel verschwinden lassen, aufessen, was auch immer. Also aufessen vielleicht nicht wirklich, aber wie gesagt, einfach verschwinden lassen. Richtig gehend bescheißen, was man sonst nicht darf. Das darf man hier bei Schummelhummel machen. Und man muss es auch machen, denn sonst kriegt man verschiedene Karten nicht so einfach los, wie man sie vielleicht gerne loswerden würde. Das Ganze ist natürlich umso cooler, umso mehr Spieler mitspielen, denn drei Leute oder zwei Leute ist zu beobachten, das geht noch. Vier Leute zu beobachten beim Fünf-Spieler-Spiel, das wird schon wirklich anstrengend. Und da geht einem oft mal einer durch die Lappen, der gerade irgendeine Karte verschwinden hat lassen und man hat es einfach nicht gemerkt. Gut, wir schauen uns jetzt mal die einzelnen Karten an, nachdem wir uns die grundsätzlichen Ablegeregeln angeschaut haben. Denn die sind eigentlich ganz einfach. Das Ziel des Spiels ist es ja einfach, alle seine Karten loszuwerden. Und das Wichtige, was man grundsätzlich wissen muss, ist, dass man diese Schummelhummel hier nicht einfach ablegen darf, sondern die muss man entweder verschwinden lassen oder es gibt eine andere Möglichkeit, um sie loszuwerden. Das schauen wir uns dann gleich an. Der Spieler, der dran ist, das ist der mit dem Wurm hier, der schaut sich jetzt einfach mal an, was liegt denn auf dem Ablagestapel für eine Karte. Und da ist einfach hier oben eine Blume drauf. Und anhand dieser Blume sehe ich, welche Farben ich ablegen darf. Wo diese Farbe auftaucht, ist völlig egal. Bedeutet, ich kann jetzt hier diese Karte ablegen, weil die in der Mitte orange hat und orange ist ja hier drauf. Ich darf das hier ablegen, weil der Kreis gelb ist und hier drin der Kreis ist auch gelb. Ich darf auch das ablegen, weil es natürlich genau drauf passt mit allen Sachen. Ich darf auch das ablegen, weil hier außen der Kranz mit der Farbe übereinstimmt. Also egal wo die Farbe auftaucht auf der anderen Karte, ich darf einfach die Karte nehmen und hier hinlegen und sofort ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Auch der kann sich ganz normal an die Regeln halten und einfach sagen, gut, dann lege ich jetzt auch hier irgendeine Karte ab, wo das Rot passt. Und er hier drüben macht das gleiche und legt auch irgendeine Karte ab, wo von mir aus das Rot hier außen im Kranz drin ist. Das sind die harmlosen Dinge. Währenddessen kann man natürlich noch Karten verschwinden lassen. Nie vergessen, Schummeln ist hier ausdrücklich erlaubt. Jetzt gibt es aber noch einige Sonderkarten im Spiel. So haben wir zum einen jetzt diese Schummelhummel. Normale Spieler dürfen diese Karte nicht ablegen. Einzig der Wächterspieler, das ist der mit dem Wurm eben, der darf es machen. Der, wenn er eine Schummelhummel hat, darf die entsprechend hier drauflegen. Aber nur er, die anderen nicht. Dann gibt es die Wespen. Schauen wir uns die Karten einfach mal an. Die Wespen gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Und zwar gibt es die einmal mit Stachel und einmal ohne Stachel. Und das ist von entscheidender Wichtigkeit. Denn die Wespe mit Stachel, da sollte lieber kein Spieler irgendetwas tun. Also spielt ein Spieler jetzt die Wespe mit Stachel aus, passend, weil es grün drauf ist, dann sollte jetzt kein Spieler da draufhauen. Allerdings sollten sich alle bereithalten, denn es hätte ja auch eine Wespe ohne Stachel sein können. Haut jetzt hier kein Spieler drauf, ist alles gut und nichts ist passiert. Der nächste Spieler ist dran und es geht ganz normal weiter. Haut ein Spieler allerdings auf die Wespe drauf, dann hat er sich gestochen und dann darf jeder andere Spieler ihm eine Karte schenken, aber keine Schummelhummel. Die darf ich nicht verschenken. Also, Wespe mit Stachel, nicht draufhauen, nicht gut. Spielt ein Spieler eine Wespe ohne Stachel, da wird es natürlich sofort draufgehauen. Und zwar alle Spieler gleichzeitig und der Spieler, dessen Hand ganz oben liegt, also der als letzter draufgehauen hat, der wird beglückt von den anderen Spielern und kriegt ebenfalls eine Karte geschenkt. Auch wieder bitte keine Schummelhummel verschenken. Also, Wespen ohne Stachel müssen erschlagen. Gut, dann haben wir das Spinnennetz. Das Spinnennetz hat keinerlei Markierung und darf jederzeit auf jede Karte draufgespielt werden. Und dieses bedeutet, dass der Kartenstapel jetzt blockiert ist, solange bis ein Spieler eine Spinne spielen kann. Er ist jetzt dran, er hat keinerlei Spinne auf der Hand. Das bedeutet, wenn ich keine habe, muss ich eine Karte ziehen und muss aussetzen. Der Spieler hier drüben, der hat auch keine, der hat nur Spinnennetze. Auch er muss eine Karte ziehen und aussetzen. Jetzt ist er hier unten wieder dran. Er nimmt seine beliebige von seinen Spinnenkarten, legt die hier drauf und schon ist der Stapel wieder frei und es kann wieder ganz normal gespielt werden. Ansonsten geht es einfach reihum, solange bis einer mal eine Spinne zieht und die in der nächsten Runde auslegt. Also hier kann man auch wieder schön seine Karten vom Nachziehstapel her auffrischen. Dann gibt es den Schmetterling. Der ist noch sehr, sehr cool. Wenn ich den Schmetterling spiele, dann darf ich einen anderen Spieler bestimmen, der von mir eine Karte blind ziehen muss. In diesem Fall ist es möglich, dass der Spieler mir aus meiner Kartenhand eine Schummelhummel zieht und das ist okay. Das heißt, auch mit dem Schmetterling habe ich die Möglichkeit, einem anderen Spieler die Schummelhummel zu übergeben, wenn er die aus meiner Kartenhand wegen eines Schmetterlings zieht. Das ist also eine weitere Möglichkeit, die Schummelhummel loszuwerden. Dann haben wir die Bestäuberbiene. Die ist ja lustig, denn wenn die gelegt wird, dann sollten alle anderen Spieler schnellstens in Deckung gehen, denn der Spieler, der diese hier drauflegt, schnappt sich die Bestäuberkarte und schmeißt sie einfach einem Spieler gegen die Birne. Nein, bitte nicht gegen die Birne, sondern einfach auf den Körper drauf und trifft er den Spieler. Muss dieser zwei Karten vom Nachziehstapel nehmen, wirft er daneben, dann passiert nichts. Das heißt, sobald die Karte gelegt wird, alle in Deckung auf Ausweichposition, denn gleich kommt die Bestäubung und die will keiner abkriegen. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch diese komischen Grashüpfer, die hier zwischendrin liegen. Die Grashüpfer haben folgende Bewandtnis. Die Grashüpfer muss man einfach unauffällig mal klauen. Das heißt, man nimmt die mal unauffällig und lässt die mal irgendwie verschwinden oder sonstiges. In dem Fall muss sich der Spieler bemerkbar machen, dem der Grashüpfer geklaut wurde. Also bin ich hier dran und klaue hier den Grashüpfer, ist er der beklaute Spieler. Ist er dran und das hier wird geklaut, ist er der beklaute Spieler. Und immer der beklaute Spieler muss sich melden und sagen, äh, 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 Grashüpfer wieder raus, bevor ein anderer Spieler einen Zug macht. Ist das der Fall, kommt der Grashüpfer wieder zurück und nichts ist passiert. Bleibt die Karte verschwunden und ein anderer Spieler legt dabei eine Karte drauf und der Bestohlene meldet sich nicht rechtzeitig. Tja, Pech gehabt, dann muss er zwei Karten vom Nachtischstapel nehmen. Ist allerdings der Spieler, der geklaut hat, der, der jetzt auch dran ist, dann muss der Grashüpfer eine weitere Runde weg sein, sonst macht er einfach ganz schnell Klau-leg. Das geht natürlich nicht, sondern wenn der Spieler, der jetzt gerade dran ist, das klaut und legt eine Karte raus, dann ist erstmal noch der nächste Spieler dran und wenn es dann nicht bemerkt ist, dann gibt es die Strafe, denn ansonsten, wie gesagt, könnte man ja machen so, weg, nehm, hin, leg und ha ha, du hast es nicht gesehen. Nee, nee, das geht natürlich nicht. Ja, und so läuft das Spiel jetzt einfach reihum ab. Ja, man legt seine Karten hier passend drauf, macht die Aktionen, geht in Deckung, setzt mal aus, wenn man keine Spinne hat und so weiter und so fort. Und sobald ein Spieler einfach keine Karten mehr auf der Hand hat, ist die Runde vorbei. Insgesamt spielt man so viele Runden, wie Spieler mitspielen, das heißt, im Dreispielerspiel spielt man drei Runden und nach jeder Runde gibt es eine Wertung und die bezieht sich natürlich auf das, was die anderen Spieler noch in der Hand haben an Karten. So zählt jede normale Blumenkarte, die man noch hat, einen Minuspunkt, jede Aktionskarte, die man noch übrig hat, zählt fünf Minuspunkte und jede Schummelhummel leider zehn Minuspunkte. Die Punkte werden irgendwo aufgeschrieben, dann geht der Wächterwurm zum nächsten Spieler weiter, es werden wieder acht neue Karten an die Spieler ausgeteilt und auch die Grashüpfer wieder positioniert und die nächste Runde wird gespielt. Wie gesagt, so viele Runden, wie Spieler mitspielen, insgesamt spielen, dann die Punkte aus allen Runden zusammenzählen und der die wenigsten Minuspunkte erspielt hat, hat das Spiel auch gewonnen. Ein sehr, sehr lustiges Spiel, was man allerdings nur mit der richtigen Gruppe spielen kann. Darauf hat nicht jeder Bock auf dieses Schummeln und Aufpassen. Also hier muss man schon die richtige Gruppe haben. Am besten, wie gesagt, mehr Leute, da macht es auch richtig viel Laune und ich denke, ihr werdet am besten wissen, ob das was für eure Spielegruppe sein könnte und wenn ja, dann schaut es euch doch mal näher an. Das war sie, meine Brettspielvorstellung von Schummel Hummel aus dem Drei Magier Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht es gut, euer Michael. Bis zum nächsten Mal.